So, 2023. Hi. Die Kühe. Ufi riecht wie Sau. Die Schweine nicht so. Eher am Chillen, da hinten schon wieder am Sandbaden, äh, am Suhle. Vorbereiten, so. Hinten schreit Peter. Hier schreien die Kühe. Thomas ist auch am Start. So, und jetzt, historischer Moment. Sie gehen nämlich jetzt auf die Weide. Also Winterfütterung vorbei. So, und ihr könnt jetzt live dabei sein. So, Mädels. Hoi, komm. Hoi, komm. Hoi, komm. Hoi, komm.